ich hab dich ein paar runden weggeklatscht ja ja aber aber er hat ja er hat es ja trotzdem nicht gekehrt der hat der trotzdem verloren also wir haben trotzdem verloren weil wir punkte verloren haben das ist richtig genau also wenn ich verloren habe da haben wir alle haben wir beide verloren genau wo ich verloren hatte hat mir beide verloren da er hat zwar den schatten dezimiert es gab es gab auch ein paar runden hat es du es gab mindestens ein oder zwei runden hat es du verloren wo er denn gewonnen hatte eine runde stimmt eine einzige runde war das wo bei dir glaube ich nur nur sniper rübergekommen sind stimmt und er hat es ja mit artillerie weggeknallt tatsächlich ja ja hast du recht so annehmen also von daher das war kein carry er hat eindeutig er hat eindeutig gecarried finde ich auch würde ich jetzt auch so sagen 12 ihr wollt mir drei emotional damage verursachen die runde hatten wir das hat man ja gerade schon gehabt das hat überhaupt gerade ich sag mal so irgendwo haben wir ja das hat man auch gar nicht das hat man noch gar nicht das hat man noch nicht das sieht so fair aus ja total mein blick sagt doch alles ich würde mal so sagen wenn ihr jetzt gewinnt verlieren wir viele punkte und ihr bekommt wieder naja glaube ich nicht das sieht wenigstens fair aus und ob sie ich möchte jetzt pure überrennen kein elite überrennen einfach okay das hast du zu spät gesagt auch mann ich hatte das so angeklickt und dann hast du gesagt kein elite das war leider zu spät noch du bist nervig merkt ihr einfach mit mir spielt spiel bitte keine die spiel ganz viele elite mit ihm ich habe den wit mal wieder auch gott ist ja schön wäre natürlich blöd wenn ich gleich mit counter anhalten startet wäre echt blöd ja das ist echt scheiße von dir da würde ich da wird ich welcher war mädt da wärst du aber mädt ich glaube der wird jetzt gleich mal auf eine seite komplett kontern gehen oder so das war der plan das ist der weg ich habe gestern angefangen mandalorian wieder zu gucken soll es endlich endo habe ich schon durch okay das ist gut ich hoffe so sehr dass die zweite staffel nicht lange auf sie warten lässt ja doch die können ja gerade nicht drehen weil die drehbuchautoren doch da streiken echt ja ich wollte schon endo eine super serie mit der geilten serien definitiv die beste star wars für mich die beste star wars serie die es bis jetzt gibt also für mich kommt sie mit mando staffel 1 auf eine ein treppchen weil ich fand die auch richtig gut mando staffel 1 soll ich dazu sagen ich hatte gut ja die war ja auch nicht schlecht aber grogo muss weg der hätte der hätte in staffel 2 gar nicht mehr vorkommen dürfen meiner meinunger denn der hätte ich will nicht spoilern verzeugen immer das noch nicht gesehen hat ich habe die dritte noch nicht gesehen ja deswegen also ich kenne ich kenne genug von der brosse wegen mir ja auch beurte zu gucken wir auch noch menschen zu wie ich schon verloren ja ja bitte meine taktik hat übernommen auf einer seite halt deswegen ist ja alles okay jetzt weiß ich ja wo er steht und zwar hätte mich hört hallo ja wirklich und zwar meine frau hat gerade ihre kopfhörer genommen er genommen ihre kabelosen kopfhörer und mit meinem rechner verbunden und wir hatten gerade ich hatte gerade gar gar nicht mehr auf ohr gehabt und meine frau haben wir ihre kopfhörern ja ja manu ich brauchte nicht sagen was ich genommen habe naja ich weiß ich weiß noch was wird genommen hat warte warte ich schalte ich schalte mal ich schalte mal symbol einstellungen öffnen warum kann ich bluetooth nicht deaktivieren was unwichtig jetzt gerade leider ja also die haben erstaunlich viel luft das heißt muss dann spam incoming ich bin noch am überlegen was ich tun werde es macht alles sinn irgendwie schwierig beide spielen riesen das ist korrekt ich habe bluetooth ausgeschaltet meine frau dreht am rad da hat es instant jetzt ein viel gesponnt overlord aber ich denke da sollte tot sein bevor er großen schaden anrichtet ja ich dürfte jetzt auch wieder gewinnen naja du gewinnst auf jeden fall er hat nicht das genommen was ich erwartet habe wahrscheinlich weil ich gesagt habe dass ich weiß dass du nimmst und deswegen hast du dich umentschieden und damit habe ich meine meter basis benutzt und habe dich davon abgelenkt was du nehmen solltest ich wollte hatte nämlich gedacht dass du die was gehen die denn auf die panzei hast du aber nicht gemacht die erste richtige runde die geht dann natürlich an uns genau so siehst du schon aus ich habe mich davon gar nicht so richtig ne von mir auch nicht das ist ja creepy ist das neue dann kann ich das denn machen ich sage das ist aber nicht so laut was man da machen kann rechne damit dass er auf die andere seite jetzt auch ein ding darstellt darum müssen wir das da machen vielleicht dann doch so ich versuche mit dem kopf durch die wand naja das war mir auch klar dass das kommt hätte meine scharfe sich umdrehen meine scharfe zu möchte er sich nicht umdrehen na gut jetzt wollte er sich umdrehen das ist gut ein bisschen zu spät aber ok bitte kommt töte ihn danke alter was die festung einfach tanken tut ja die festung ist ja also bei mir sieht es blöd aus weil er mein headquarter gesnaped hat also ich will jetzt ja auch weil jetzt hast du meinen gesniped ich will jetzt übrigens auch jetzt nicht zu dolle preis nach ich habe mir auch improved fortress geholt einfach nur weil sie es geil angehört hatte auf dem papier hat man ja auch gesehen dass die einfach mal ein bisschen viel hp hatte nein ihr schießt falsch hast du verloren ob sie aber nicht gut okay okay das ist jetzt quasi das ist jetzt richtig kreis sind so ok was mache ich denn jetzt aufgeben ja nicht verstehe ich nicht warum nicht ich finde das ist die einzig logische sache die du tun kannst es ist nicht ich finde schon und je mehr du das leugnis desto schlimmer wird es eigentlich nur für dich aha ich verstehe nicht okay alles klappt alles klappt ein raumschiffchen kommt auch gottchen wie süß ich wohne klein ich hatte gar nicht hielt generator sternzerstörer ne das ist kein sternzerstörer das ist so eine rebellenabschau sag mal wie viel fängst du denn genug alles was er muss ein gutes pferd springt nur so hoch wie es muss naja scheinbar oh mein gott das ist ja so ein monster gewinnt alles lebt von mir bis auf mein ok ja guck mal da so macht man das so haut man auch mal richtig rein ok das war eine geile dummer das hat mir gefallen das können wir dann kannst du gerne nochmal so machen ja wie armor auch noch nicht nur das brauchst du öl manu sag das doch nicht kriegen das doch mit ja nö muss nicht sein mach das ruhig bei dir kannst du ein bisschen feuerchen machen oder so was schönes ich habe ich warte einfach vielleicht braucht er irgendwann wieder hier du erwartest viel du spielst riesen und hast drei riesen auf meiner seite gespawnt ich rechne einfach damit das muss jetzt aber ein bisschen besser bei dir hier drüben funktionieren naja keine ahnung ob es funktioniert werden wir sehen naja das war so klar dass das tausend dinger jetzt kamen dieser dämlich ist ne ich hab verloren noch läuft was von dir rum was willst du denn naja backstor könnte wieso fliegt er nicht zum headquarter nein der ist so dumm naja es ist vorbei er hat jetzt nicht verloren aber die säure die säure von ihm ist ein problem machen hier er hat aber nur noch eine festung ohne flugabwehr dann haben wir gewonnen aber meine art der wii ist so dumm ich lauf doch gar nicht durch wenn nichts mehr stirbt haben wir gewonnen er hat er wird durch die säure was stirbt doch nicht sie stirbt doch nicht ich sag ja zwei minuten 10 nein hast recht eine minute eigentlich noch muss nur noch wir müssen noch die festung für töten ärgerlich ja ja richtig ärgerlich das ding hat so viel hp na mann das nervt mich jetzt gerade ja das ist auf jeden fall gg eine große einheit ja das leute ganz eindeutig eindeutig ich würde das auch genauso unterschreiben du musst jetzt kurz weg ja ja ich muss kurz einmal wen abholen ja mach das mal das heißt ich mache immer dann machen ob sie und wird jetzt kurzen eins gegen eins und ich bin gleich wieder da ich kann das spiel auch mal hier kommt rein ich kann auf zuschauer wechseln und drei